Man versteht sich miteinander, man redet und diskutiert auf jeden Fall auf Augenhöhe und wir versuchen, in eine Richtung zu ziehen. Das macht unser Team aus. Rastlos, motiviert und ein bisschen verrückt. Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sehr familiär und dass sich daraus auch wirklich Freundschaften fürs Leben entwickeln können. Es macht Spaß, in dieser Familie, in dieser Gemeinschaft zu arbeiten und sich zu entfalten. Weil man dort immer Unterstützung bekommt. Ein sehr bunter Haufen, aber auch sehr ehrlich und vertrauensvoll im Umgang miteinander. Ich finde die Leute am besten. Die haben einen absoluten Drive, die haben eine Leidenschaft für ihre Aufgabe. Die kommen mit neuen Ideen und Bereitschaft, die Ideen umzusetzen, ins Team hinein. Wir haben eine ständige Dynamik drin.